Guck mal, ich habe schon damals welche getötet und jetzt töte ich sie alle. Jetzt sind sie alle dran. Erst fing es an mit Franco, dann mit Zenyam, Buon, wie noch? Esteban. Oh, warte mal. Von denen soll ich mal schnell die Tränke abkaufen und dann umbringen. Hab ich ganz vergessen. Lass uns handeln. Jetzt bist du dran. Ich weiß. Ich hätte wahrscheinlich so die Tränke nicht nehmen können. Nichts zu holen. Wisse. Dann lieber so. Oh Mann, Kevin Goh, gar nicht klar. Weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ruhm und Ehre den Lauffögeln. Ah ja, die einzigen Sklaven sind ja schon längst wieder zurück in Mittelland. Also in Mittelkorenes meine ich damit. So. Gleich hier im Lager wird es ein bisschen schwieriger. Da sind halt mehr Leute. Nicht wie hier. Ist sporadisch verteilt. Oh, oh, oh. Jungs, guck mal her. Ich mach dich fertig. Scheiße. Schaffst du es? Schaffst du es? Hä? Hab ich grad einen Zombie gehört? Ach da. Lol. Sind hier Zombies. Oh, Leichen. Ich glaub's nicht. Ja, ich glaub ich sollte erst den Sumpf machen und dann das Bandidencampen. Moment. Gut. So, da bin ich wieder. Entschuldigung. Da musste ich grad mal drauf antworten. Na gut. Jetzt wird hier weiter den Sumpf ausgenommen. Erstmal, bevor ich ins Bandidenager gehe. Das ist mal nicht die Ecke. Ah, die Zombies greifen natürlich auf die Warane an. So ist das gehört. So ist das gehört. Irgendwie wird trotzdem nur auf die Warane gegangen. All diese Verrüstungen, ne? Neidenswert. Dass die mich auch immer vergasen müssen. So, ich dachte schon, was ist das für ne Blume. Aber das ist hier... Ne? Das war die Sumpfgasdrohne. Das war die Sumpfgasdrohne. So, da hängt jetzt noch einer. So, da kann ich mich gleich tausend Blitzer auf einmal. Meine Güte. Und da kann ich mir auch die Zeit nehmen und mit den kleinen Halträngen mich hochheilen. Ja, ja, Kinder Raid, da müsste auch der ein oder andere Erfahrungspunkt zusammen... äh, der ein oder andere Levelaufstieg, beziehungsweise wenn sie zusammenkommt. Ich glaube, ich sehe Pfeile, aber da habe ich jetzt keinen Bock, die alle aufzusammeln. Nein. Keine Lust. Keine Lust. Oh, steht hier noch ein Golem. So, jetzt hier. Der Berg rauf. So, jetzt hier. Oh, und tut. Diablo-Style. Weil hier ist weiter auch nichts mehr drin. Oh, die war ja super gefüllt. Hier flöscht noch was, oder? Nee, gut. Ah, Viecher. Oh ja. Die Golems, die sind auch überall. Boah, die kennt man kaum hier. Ach, da ist noch ein Golem. Alter, kommt hier aus dem Wasser. Na, da kriegst du noch hin? Oh ja, hier ist was los. Wie würde es denn gleich im Canyon aussehen? Wenn ich hier schon ein bisschen Schwierigkeiten bekomme. Mann, 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 Mann. Ja, genau, ey. Das schon in so einem Fall. Aber egal. Macht nichts. Krieg ja Platz. Redford hat's auch gecheckt. Oh, ich hatte hier noch ein paar Gasbohren gesehen. Ich muss mich aufpassen. Scheiße. Entschuldigung. So, was gibt denn auch noch weiteres im Pfeil? Ja, hier in der Ecke ist natürlich alles voll. Da ist ein Golem, habe ich noch gesehen. Ich schau gut. Oh, ich habe hier noch ein paar Tische und Stühle aufgestellt. Ah. Harte. Jetzt schon. Oh, ich bin zu spät. Alter, ich glaube, ich bin zu spät. Oh, ich bin zu spät. Ja, ganz ruhig. So. Jetzt ja noch ein Bandit ausgelassen. Jetzt bist du dran. Hier könnt ihr mir gar nichts mehr. Zumindest im Einzelgang nicht. Im Einzelgang könnt ihr mir nichts mehr. Hier, dunkel Schöpfe. Mal gucken, wo hier noch was zu töten ist. Du hast hängen. Du hast es ein Bandit ausgelassen. Oh, ich bin also ein Перяхad! Ich bin schon nicht mehr da. Wo ist das? Ach da. Ah, vielen Dank, U. Tach, da liegt noch einer. Nichts zu plündern. Naja, die Haltungen von in so einem Fall in Gothic 1 fand ich viel besser als jetzt hier in Gothic 2. Ach, jetzt sind wir wieder hier, ja. Wahrscheinlich ist es jetzt noch ein Golem. Nein. Aber Menschen. Ich mach dich fertig. Ja, wie mein? Carlos. Bums. Na. Ich darf mich jetzt auch noch kümmern. Fehlt mir jetzt aber gerade noch. Scheiße. Na, schieß. Hält dich der Kessel etwa auf? Der steht da oben, macht nichts. Wenn die alle noch oben stehen bleiben, dann... Tjo. Trinke ich mir genüsslich. Hey, das hat doch alles. Oh, leider. Ja, da kommt's auch nur. Ihr habt schon tot zu sein, wenn schon. Das ist nämlich alles leer. Das wird ein Spaß. Eiei, die Lucia. Nichts zu holen. Ah, ohne. Boah, jei, jei, kommt ihr mit der stremten Keule. Oh, nein. Ach, was er. Oh, 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 oh. El Bastardo Schade, dass ich jetzt hier all die Leute umbringe, mit denen ich hier früher was zu tun hatte. Jetzt sind die Gasisten dran, ne? Ah, hier haben wir noch Fisk. Jetzt bist du dran! Malach...